Wo sind die Beine, Roman? Du musst drücken, Roman, du bist 120 Kilo, aber du drückst. Lang, lang, hängt lang. Mehr Beine. Und die. Und? Ihr seid nicht aus! Du sollst seitlich ausstehen, wenn ihr kommt. Steine Lüge! Komm, Sven! Roman, du musst jetzt kicken! Richtig kicken! Komm, Sven! Kicken, Roman, komm! Ja! Roman, weiter! Weiter jetzt! Roman, arbeite! Arbeiten! Unnötig knapp. Es war unnötig knapp. Ja, guck dir das doch mal an. Viel knapper geht es aber nicht. Schöner Kampf.